herzlichst gegrüßt meine lieben brüder und schwestern was ist denn das also ich habe es noch hingekriegt so schwer ist es nicht alles muss so ausschauen hier so da die letzte scheibe da die hat ein dickes und ein kurzes also ein dickes ende das muss nach vorne also so muss halt ausschauen gut ok so jetzt können wir runter gehen also geh halt runter und wir müssen noch speichern irgendwo ok wir müssen noch speichern da hängen die gedärme das ist schon wahnsinn das spiel oder wahnsinn hat der da gedärme schon her eine hand gab es jetzt oder ist es eine hand also da haben wir den leichenschlüssel abgeschossen leichen so jetzt gehen wir da raus oder und jetzt müssen wir zur esmeralda kommen also jetzt kommt erst wieder irgendein käsekuchen hier so jetzt gehen wir da raus so überspringen genau jetzt kommt die esmeralda oder auch nicht bitte überspringen genau jetzt das machen wir jetzt ja gerne die haut wieder auf die kollegen die frau steht doch rechts oben rechts oben frau frau müller ja viele male kann jetzt bisschen dauern ja noch mehr und mehr dass ihr vorbei ist will ich antworten genau jetzt kommt die hinterseite ich höre noch mehr von denen hinterseite das war nicht die kollegin die kollegin hat mir gehelft gehelft sehr gut nicht dass ich auf die kollegin schieße warum kann denn die nicht mitgehen es kommt noch einer was der hell ist das für ein lärm vorsicht auf die augen uns gar es kommt das große ding noch ein großes jetzt kommt noch ein großer scheibe jetzt können wir da raus gehen oder ich glaube das sind die letzten kollegin frau frau die heißt aber es mir da glaube ich tatsächlich oder da oben müssen schlüssel ist nur mal so zu ich bin ich keine zeit für fragen mein unterschlupf ist in der nähe torres unterwegs reden ist mir so jetzt gehen wir da noch mit der gehen wir jetzt noch mit ins nächste ding dann speichern wir ach so da hinten geht es nicht weiter lasst mich raten ganz sicher gibt es einen anderen weg warte mal euer plan geht man hat nichts davon erzählt also ich bin mir ziemlich sicher dass sie vor den anderen nicht ganz so offen sein konnte hier drüben drücken reden muss jetzt reden sehr gut den baum würde ich ja gern so jetzt geht es in die die hülle gerne so alt bin ich noch nicht so hatte kennt man die ganze zeit den plan mobius auszuschalten eigentlich nicht ohne frau den plan was meyer deswegen ist sie also hier sie gehört zum mobius witzig so das ist jetzt nicht die wahnsinn story ja der weil die ist nämlich unglaublich kompliziert das muss man schon mal sagen komplizierte wahnsinn story ja der weil die ist nämlich unglaublich kompliziert das muss man schon mal sagen da kommt man selber auch nie drauf genau das ist so kompliziert hier hoch ach so jetzt müssen wir rauf reden äh genau konnte auch lang helfen äh also gut alles gut ich hab dich alter man alter mann ist kann die zug so ich auch komm her willst du mich jetzt zurück lassen auch gerne nicht dran ich lasse dich einfach so hängen mhm tue ist aber kräftig hallo mhm ja schön so jetzt gehen wir reinkommen der plan ja wer hat sonst noch bei dieser meuterei mitgemacht mhm 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 so bauch jetzt hab ich bauch gelesen im bauch runter und wie sollte das ganze nun laufen mhm 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 glaube ich oder naja die letzten levels sind zwar schon schwierig aber aber naja ach so jetzt kommt der reine dreimal können wir noch freuen wenn man jetzt die luke zu meinem unterschlupf bleibt geduckt und hinter mir ok dazu ich sehe diese dinge nicht zum ersten mal mach einen bogen um die wenn sie brennen erreiche in den eingang und da kommt doch der mit der schnüffeltüte da hinten kommt noch einer kommt doch noch genau hier ist einer der ist nur noch zur hälfte sehr schön den haben es vergessen hier interessant gut jetzt kommt da kommt der andere noch oder da hinten hocken zwei die müssen wir noch einseitigen so da müssen wir nix mehr nix mehr nehmen oder ne ok jetzt können wir da reingehen jetzt kommt es muss doch noch der mit der schnüffeltüte kommen wo ist denn der da ist noch eine tasche die kann man jetzt mal nehmen ist aber auch wurscht durch das kollege hätte ich hier nicht sollte ich hier nicht das schießgewehr kriegen jetzt bin ich falsch oder doch stimmt da ist das ding das kriege ich jetzt das jetzt müssen wir mal schauen also jetzt sind wir mit der esmeralda oh weia jetzt kommt da schauen wir mal wie weit vielleicht kommen noch ein paar mieter schauen wir mal das kommt direkt danach flipp nicht aus wegen des ganzen sprengstoff den ich habe ein hubwagen also was machen wir mit joden keine ahnung sein versteck ist der sollte also überspringen springen 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 beng 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 schicktes messager ja also äh mhm das interessiert keinen Spreng ich weiß ich vertraue dich gut gut so da oben da können wir schweigen naja jetzt schauen wir mal ich darf noch dreimal speichern schauen wir mal ob man noch den nächsten speierpunkt erreichen ja auch schon ich brauche deine hilfe wenn ich die oder gefunden habe komme ich von hier aus ich melde mich wenn es soweit ist als die ohren stein war ja ich habe aber nicht mal die anbust habe ich die anbust weiß ich kann doch die anbust habe ich die schottkern habe ich auch kapitel 11 so jetzt schauen wir mal dass man da noch paar meter machen oder geld die bolster müssen durchquere das mark wo müssen wir nicht hin warte äh da oder meistens einer doch da müssen wir jetzt rein oder durchquere das mark mark ist mark genau da machen wir jetzt noch ein paar meter da kann man irgendwo kann man da auch nochmal speichern oder durch wer das mark genau und finde einen weg zurück zu und da gehen wir jetzt noch ein paar meter rein kommt wenn es denn irgendwann mal geht gut so jetzt müssen wir da rein oder oder geh halt rein wenn es gut huiuiui äh 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 jetzt kommen jetzt gehen wir jetzt gehen wir jetzt gehen wir da durch äh kann ja nicht so schwer sein ähm jetzt müssen wir da drauf drücken äh alle schalter glaube ich einfach oder gut gut alle schalter äh ähm so jetzt sind wir schon wieder scheiße wie oder muss hier gewesen sein vielleicht habe ich deshalb auch nie nicht erreicht Hoffmanns Unterschlupf ist in der Nähe ich soll mal nachsehen Hoffmann äh das ist der Michael Jackson oder oh Gott noch ein Teammitglied erwischt ich hätte auf ihn hören sollen ich glaube wir müssen einfach gleich weiter oder ne oder sag jetzt nicht dass wir wieder zurück ne wo sind wir denn jetzt ach 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 jetzt muss ich doch machen oder noch ein Signal Michael Jackson oder Michael Jackson so überspringen so und jetzt können wir da hinten haben wir nix mehr oder nicht speicher ach so ja voll gehofft mein restricted area bin ich richtig äh doch ja genau jetzt gehen wir da raus au jetzt kommt der Boss äh jetzt kommt der Fight mit den vielen den ziehts gleich weg hier oder ne hab der was der hat ne Tasche ja gut hm so jetzt kommt der ähm jetzt müssen wir da runter da drüben ist im wesentlichen nix mehr gar nicht oder da runter und dann Knopf gedrückt müssen wir wieder müssen wir nicht nochmal irgendwo durch den hm Untergrund äh also warte das Schleimmonster haben wir hm 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 ah ja 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 jetzt wenn wir Glück haben jetzt pass auf kann man hier nochmal speichern äh äh könnte man könnte speichern jetzt warte jetzt warte probieren wir es mal wir brauchen hier nur den Chip aus dem Kopf oder und dann haben wir durch die Tür gehen äh ich brauche ja nur den Chip warte was ist das und da äh da wäre noch jetzt mal so obacht ich brauche oben den Chip warte das mal und dann haben wir da durch die Tür gehen so jetzt warte äh jetzt geht die da rein so genau da müssen wir raus und dann kommt der Flammenwerfer Boss den machen wir noch oder den machen wir noch so da brauchen wir aber erst den Chip ohne einen dieser Chips komme ich nicht weiter der sagt es der ist oben im Labor 3 der ist oben im Labor 3 und äh man kann hier könnte hier unten noch rein dann kommt aber die böse Tante das kann man sich aber sparen oder ich brauche nur den Chip so warte hier in Labor 3 da brauche ich den Chip mit der Zahl 18,02 oder? warte mit dem Coach so jetzt gehen wir da rein ähm 18 ja geh halt 18,02 so jetzt brauche ich den Chip was haben wir denn hier den brauchen wir jetzt kommen so äh Nummer da steht die Nummer äh 0,1,28 Entschuldigung 0,1,28 das müssen wir jetzt da eingeben oder? 0,1,28 0,1,28 0,1,28 0,1,28 0,1,28 0,1,28 so jetzt können wir unten durch die tür gehen ja ja will ich auch gern so so jetzt gehen wir einfach rauskommen unten durch die tür jetzt rennen wir alle rum macht mir eigentlich fast gar nichts oder außer mir rennt gott einer hinterher wir müssen unten raus und man könnte auch noch in diese leichenkammer aber da kommt dann die böse tante ja wenn wir jetzt da reingehen ist wenn man da rein ginge käme die böse tante die wo man sich verstecken muss da gehen wir jetzt nicht rein weil da würde man eine erinnerung kriegen oder so das brauchen wir müssen nur durch die tür durch oder kann ich gleich durch die tür durch schauen wir mal den chip habe ich doch und dann kommt der boss jetzt kommt der boss weit mit dem flammenwerfer und dann speichern oder und dann haben wir schon wieder zwei meter geschafft so jetzt haben wir uns das gespart mit den üblen teil mit der tante wo man da rausschleichen muss zwar jetzt müssen wir aber von hier um rein gehen oder jetzt kommt der boss weit im flammenwerfer den machen wir den machen wir jetzt noch mehr genau so stimmen stimmen jetzt kommt der da raus kommen da da muss man nur am kopf schießen glaube ich oder kopf ziehen oder hinten auf dem tank auch geht auch du kommst du nicht rein noch mal kann man auch hinten am tank schießen also was heißt angeblich jetzt helm ab zum gebet wenn wir das haben dann haben wir wieder dann können wir speichern auf die bämme tschuldige wo bin ich jetzt nun mal ein bisschen abstand gewinnen kann man den feuerlöscher auch noch machen oder genau ja wenn ich mit dem blöden gamepad bisschen besser ziehen könnte jetzt noch nicht ja ob ich den immer noch nicht jetzt haben wir jetzt können wir sparen jetzt kommt die kollegin so jetzt muss ich kann ich darf ich soll ich muss ich den flammenwerfer kann man auch nehmen was muss ich compromise aber erst kaputt ist man wird den richtigen theilen allerdings muss ich jetzt machen kor greenhouse kommunikation ausrüsten jetzt können wir sparen spieler an spielern neu verbunden kapitel 11 blutsee jetzt kann man warte flammenwerfer kann man hier muss ich da noch was machen so jetzt machen wir schauen dass wir das speichern jetzt dreimal darf ich speichern noch also wenn ich jetzt hier speicher darf ich noch zweimal speichern jetzt kommt noch der blutsee und dann geht es eigentlich schon durch den blutsee ja das mache ich heute nicht mehr oder muss ich daraus da muss man raus ist da noch mal mit speichern ist hier nichts mit spiegel kann man davon noch mal speichern schauen wir schnell davon noch mal speichern da muss man jetzt raus oder muss ich daraus den kommen aber eigentlich auch schon noch schaffen oder wir haben noch vier minuten jetzt vielleicht wenn man kann man dazu noch speichern hatte da ist doch da genau jetzt kommt die kollegin ja von selber speichert er ja nicht im blutsee kann man auch nicht sprechen dies ist radarkollegin stark nach einer fernseh antenne aus und dahinter ist noch achtung der schlüssel ich weiß auch schon wie noch halt so achtung nichts mehr jetzt kommt die kollegin gestern so und dahinter wenn es losgehen dann achtung dahin erstes ding nehmen da hinten hier den schlüssel noch nehmen so und jetzt kann man das machen so jetzt schauen mal ob man da noch speichern können machen wir schauen wir kommen den rest sparen wir uns jetzt packen wir sagen so ja du mich auch jetzt kommt der blutsee nochmal oder können wir das noch schaffen oder wenn ich den doch schön schaffen würde dann bin ich wieder wieder oben in der im geschäftsviertel oder da könnten wir jetzt aber das könnten aber noch machen oder blutsee jetzt bin ich im blutsee genau gehe ich das ist gerade da muss jetzt einfach nur du also was heißt einfach wir müssen zudem den dünken oder kapitel 12 nur dahinten oder so da weiter da hinten außer jetzt kommen die anderen natürlich das war so ein dicker jetzt müssen wir die erst alle wegkriegen so dann können wir da machen mach mal dann kommt die teil 2 das machen wir noch schnell oder dann bis wir da oben sind das schaffen wir jetzt noch und dann schweiern wir so jetzt gehen wir da rein wir müssen aber natürlich die kollegen bisschen beseitigen da tut aber noch einmal also jetzt gehen wir gehen wir mal da hinten oder da die tür rein oder die tür rein oder ne durch die tür an der tür vorbei witzig jetzt müssen wir da so jetzt das schaffen oder das machen und dann schweiern wir das machen wir noch schnell fertig kommen ja so jetzt kommen wir jetzt 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 kommen die großen die bösen da ist noch einer noch einer da ist einer da ist da ist einer da ist einer da muss ich hin da muss ich mal hin da muss ich hin da muss ich hin da hinten bin ich richtig bin ich richtig da hinten so jetzt kommt da müssen schauen wir mal so so einer weg da einfach so und oder hat das schafft jetzt wird es wieder kommt wieder die matrix das machen wir noch kommen jetzt kommt jetzt kommst du das machen wir noch schnell kommen weil ich muss speichern so jetzt runter so jetzt mach nicht quatsch nicht lang und da kommen wir oben wieder raus in im geschäftsviertel oder da sparen wir da bin gerade dabei aber jetzt kommt der käse so gut jetzt kommen wir ja überspricht uns interessiert kein schwein so jetzt weiter 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 ah ja jetzt sind wir jetzt wieder fertig doch bringen wir dich hier raus jetzt speichern wir und dann machen wir Pause ah ja jetzt geht die kollegin flöten so der ärmste die wirft dann wirft das gewehr ja ja na gut los schauen wir mal musst du gut ich werde jetzt bin ich wieder irgendwo tolles spiel ähm ich will einen speicherpunkt ja hallo Freunde äh jetzt müssen wir äh weiß keiner ich bin zuhause wie bin ich nicht wirklich wahrscheinlich ich suche das aus ach du Schande müssen wir da jetzt hier nochmal rein doch da ist ein Tier jetzt warte da ist ein Tier oder da ah da die 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 nimm's halt das ist ein so jetzt haben wir das Tier und jetzt können wir rausgehen Wahnsinn dömm Gut jetzt können wir rausgehen äh ich weiß jetzt nicht mehr jetzt müssen wir irgendwo unten oder wo ne durchsuche das Haus oder? ne nun mal neu da... das ist der der elder scrolls komisches sammelobjekt oder so jetzt müsste da müssen wir unten am tisch küchentisch oder das mal das entschuldige das müssen wir jetzt sagen ja ich muss speichern ja genau die kollegin darum und später ist immer noch mal dann ist da was drin am schluss am schlager kann man noch mal was so der zauberwürfel an den tisch müssen wir was nehmen tut mir jetzt leid wir müssen da schnell noch jetzt müssen wir haben wir es jetzt fertig so jetzt sind wir wieder woanders so jetzt können sie hat immer recht so jetzt sind wir da genau das interessiert mich ich habe es nicht sagen muss man jetzt sagen wir das beenden muss man jetzt sein die mir im weg stehen voran die tür oder botte tritt einbring glück herein da müssen wir öffnen oder jetzt sind wir genau jetzt können wir speichern kommt 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 tschuldige wir müssen hier speichern mach halt was passiert nichts ja die kollegin ist tot und jetzt kriegen wir aber das gewehr ja mach hin kollege macht nicht mehr sie hat es nicht mehr geschafft auch auf die pause sie erschossen was sie starb durch verletzungen aus dem kampf gegen diese dinge genau die ob ich hoffe sie doch nicht unterschossen sie hätte so nicht sterben müssen sie war eine gute soldaten sehr gut sie wollte nur lilly retten und jetzt ist sie tot michael jackson das ist der michael jackson ich schwör kann man das nicht überspringen das beruhigt mich ich versuch's grad mach halt komm ich schau e mails an das will er doch nur er will dass ich mich schuldig fühle er ist für das verantwortlich nicht ich er ist der schuldige toll so haben wir selbst gesperrt das ist nicht das problem weg so bayern schießgewehr nehmen kann event nicht geschäftsviertel genau tut mir leid es mir ist auch was will dass ihr tot nicht umsonst war ok 47 stromgewehr geht auch bei wind wind und sturm und windböden gewehr stromgewehr jetzt müssen wir jetzt müssen wir speichern dann haben wir alles wichtige wir haben es gewährt ist das brauchen wir auch noch oder warte nimm es geht nicht ich mag nicht mehr so ach das war bloß die blöde sicherung ok freunde sturmgewehr haben wir wasser kaffee spiegel alles da jetzt speichern wir und jetzt für heute machen wir mal schluss hier so speicherung dreimal habe ich übrig siehst du wenn ich jetzt speichern habe ich noch zweimal na gut ich denke da speichern wir jetzt darüber klassischer modus da speichern jetzt rüber annehmen dann kann man das annehmen 13 13 festung naja dann prima freunde gut dann herzlichen dank fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten mal